Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild, weil ich hatte Lust zu bauen und ja, ich hab dann überlegt, so was kann ich so machen. Und ich dachte, so ein Nachtclub wäre doch schon ziemlich cool, weil ich das noch nie gemacht habe und ja, jetzt bin ich dabei. Ich finde, also ohne jetzt zu spoilern, aber ich finde von außen sieht es halt nicht so cool aus, aber ich finde es realistisch. Weil ich finde, Nachtclubs im echten Leben sehen von außen meistens auch echt nicht so gut aus, aber von innen sind die ja manchmal schon Bombe und das dachte ich mir, sind Sims vielleicht auch ganz nice. Also ich finde von innen hat es auf jeden Fall gute Vibes, so gut ich es halt jetzt eben hinbekommen hatte, weil manchmal hab ich einfach echt ein bisschen Probleme zu bauen. Also halt so typische Familienhäuser, denke ich so, oh wow, ich weiß genau, was ich tun muss. Und jetzt halt bei Community Lots bin ich so, what is this? How do you do this? Und ja, ich hab mein Zimmer ein bisschen umgestellt, deswegen ist dieses Ding hier an. Ich hab das jetzt endlich mal aufgebaut. Das sind eigentlich Herzen, aber ich glaube, das erkennt man nicht so gut im Video. Aber ich find's cool, deswegen hab ich's angemacht. Vielleicht sieht man's besser, wenn's ein bisschen dunkel ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall find ich's cool. Und generell, ich hab ein bisschen auch vorräumt, das ist ja cool. Ich hab mein Mauspad bestellt, damit ich dann endlich mal meine Maus auf dem Mauspad hab, weil so auf dieser Fläche ist es jetzt nicht so geil. Falls ihr so nicht wusstet, wir reden in Speedbuilds immer so ein bisschen über mein Leben und was hier gerade so abgeht. Weil ich find das, also sonst hat hier das ja nicht so viel Platz auf meinem Kanal und ich dachte so, das ist vielleicht ganz cool, wenn man das halt immer macht. Auf jeden Fall, ja, ist es glaube ich schon besser, wenn ich ein Mauspad hätte für meine Maus. Ja, und ich hab halt ein cooles bestellt. Und ja, wenn ich es dann auch geschafft habe, irgendwann mal hier Staub zu wischen, werde ich ein cooles Foto von meinem Setup posten, weil ich find, mein Setup ist schon ziemlich cool. Ich mag's sehr gerne, okay. Jetzt vor allem gerade, wenn ich hier alles freigeräumt habe, dann denk ich mir so, hm, nett. Also ich find's wirklich angenehm, das hier zu haben und ja, halt auch wie es aufgebaut ist und so. Und ich mag's einfach gerne und ich denke, das ist die Hauptsache, wenn man hier so jeden Tag mehrere Stunden sitzt. Und ja, ansonsten steht, glaube ich, gerade gar nicht so viel an. Also irgendwie ist auch nicht so viel passiert. Also ich meine, ich, also es war jetzt halt das Spannendste, dass ich hier aufgeräumt habe. Moin. Aber, ähm, oh Leute, kennt ihr das? Wenn ihr aufräumt und auf einmal plötzlich wieder so gefühlt Millionär seid, weil ihr irgendwie an den komischsten Ecken auf einmal irgendwie nochmal so ein Fünfer oder so findet. Das bin ich. Das hab ich auf jeden Fall sehr gefühlt, als ich aufgeräumt habe. Manchmal ist es einfach so. Also ich denke, dass das jeder kennt, oder? Oder vielleicht bin ich auch nur eh so schrüsselig. Ich weiß es nicht. Ich hab wirklich keine Ahnung, okay? Aber, ja. Manchmal ist es einfach so. Ich weiß übrigens gar nicht, wieso ich das nur auf 18 Minuten unterkürzen konnte, obwohl ich halt wirklich nur so anderthalb Stunden oder so gearbeitet, gebaut habe. I don't know. Aber ist ja auch egal, ne? Hm. Ähm, also wie gesagt, also es ist auch in der Galerie übrigens. Ähm, Mooli-Gurli wie immer. Steht auch in der Beschreibung, wenn ihr nicht wisst, wie man schreibt. Hm, ja. Genau. Dort könnt ihr das dann downloaden. Ich hab's, ähm, Wild Area Club genannt. Ähm. Ähm. Immer stirbt nicht über der Stimme, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich den Namen ganz cool, weil ich finde, von innen ist es so, es vibet einfach so. Also da würde ich auch gerne feiern gehen. Aber feiern gehen während Corona ist ja immer so ne Sache. Also funktioniert jetzt ja nicht so. Ähm, ja. Auf jeden Fall hab ich halt auch generell so gedacht, das ist halt so ein Club, der ist halt sehr offen auch für so LGBTQ plus die Stars. Deswegen, ähm, hab ich da halt die Regenbogenflaggen aufgehangen. Ich weiß noch gar nicht, ob man die in dem Video bisher gesehen hat, weil ich das hier nebenbei nicht laufen lassen kann, weil sonst spackt das sie wieder komplett ab und das ist manchmal ein bisschen doof. Deswegen weiß ich nicht, was man jetzt schon gesehen hat und was nicht. Aber auf jeden Fall, früher oder später sind da, äh, Regenbogenflaggen. Und, ja. Außerdem werde ich in diesem Speedbild noch einen heftigen Struggle von mir sehen, wo ich mit, äh, den Plattformen gearbeitet habe. Ich hab ja noch nicht so viel mit Plattformen gearbeitet. Und ich muss sagen, es ist, es glitscht halt schon noch ein bisschen rum. Ist ein bisschen doof, aber letztendlich hab ich's dann ja doch irgendwie so hinbekommen, wie ich's halt wollte. Und das ist ja wohl die Hauptsache. I guess. Dementsprechend ist es dann halt so, oh mein Gott. Hund, mach deinen Schwein nicht dahin. Das ist klar, dass ich drauf trete, aus für sie ihn. Jetzt geht's hier einfach. Oha. Als wäre das so gemeint gewesen. Korb. Ich wollte mich übrigens bedanken bei euch dafür, dass dieses 18plus-Mod-Video, dass das so gut ankam. Es hatte innerhalb von den ersten paar Minuten, hatte es schon ein Dislike, wo ich mir schon dachte, so, oh, vielleicht, äh, ist es vielleicht doch nicht so gut. Weil grundsätzlich ist dieser Channel ja schon mehr oder weniger family-friendly. Und vielleicht kam das jetzt einfach deswegen nicht so gut an. Aber es war ja wirklich, es ist ja nur bei diesem einen Dislike geblieben und es ist irgendwie nett. Und ich meine, es hat ja schon eine gute Bewertung bekommen und so. Und, ähm, ja, es hat vor allem viele Kommentare bekommen, da habe ich mich sehr doll gefreut. Weil Kommentare sind halt das Coolste an diesem ganzen YouTube-Ding. Und, äh, ich habe ja lange gar keine bekommen. Oder halt, wie gesagt, also das habe ich ja schon irgendwie mal gesagt, halt nur so von Freunden oder so maximal. Und es ist jetzt halt wirklich cool, weil ich sehe halt einige Namen halt immer öfter von Leuten, die ich ja vorher nicht kannte. Sondern halt wirklich, die nur meine Videos schauen und mich nur daher kennen. Und es ist so cool. Ich liebe es sehr. Leute, ich liebe es. Ich finde es ganz toll, dass ihr kommentiert. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Also, ach so, es ist halt einfach bloße Beleidigung, weil dann lösche ich das einfach. Weil das ist halt eine Regel auf diesem Kommentar. Oh mein Gott, man hat gerade Haare gesehen, die hier von meiner Hand geflogen sind. Unnare, moini. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, also, ach so, genau. Es ist halt, ich habe ja die Kommentarregeln in meiner Videobeschreibung stehen. So, und sie werden dann ja kommentarlos gelöscht und der Mensch wird blockiert. So einfach ist das manchmal, ne? Ähm, ja. Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich jetzt noch elf Minuten füllen soll. Weil irgendwie zur Zeit geht ja nicht so viel ab in dem Leben hier. Und, ähm, ich denke, das merkt man auch in den anderen Speedbuilds teilweise voll. Die halt auch ein bisschen länger gehen. Weil, wie gesagt, also das größte Highlight war jetzt aufräumen. Ähm, das ist, ähm, kind of wild. Aber so ist das Leben halt, äh, während Corona, ne? Also irgendwie passiert da ja nicht viel, so grundsätzlich. Aber, was soll's. Was soll's, was soll's. Ich gucke nicht die ganze Zeit. Ich muss mehr dahin gucken und nicht auf mein Bildschirm. Das ist irgendwie, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich versuche es, ja, wirklich. Ja? Aber es klappt einfach nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit so, hallo, na, was geht? Und dann gucke ich die ganze Zeit in mich und dann denke ich mir so, hm, ja, wie sehe ich denn aus? Ist das okay? Darf ich mich im Internet zu zeigen? Und ja, darf ich? Also, ich sehe ja nicht kacke aus. Also, vielleicht ein bisschen gammelig, weil Schlafanzug, aber ist schon in Ordnung. Ja. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, geht's mir eigentlich ganz okay, denke ich. Ich weiß nicht, irgendwie. Amy, hallo, what, what are you doing? Sie beißt einfach in meinen Finger. Warum? Dieser Hund ist manchmal ein bisschen wild. Möchte ich mal so sagen. Ähm, ja. Und vor allem, diese, habt ihr schon mal bemerkt, diese Näpfe, da hinten, da, die rutschen immer weiter nach, äh, zu dieser einen Seite. Also, bald sind die aus dem Bild raus, weil, keine Ahnung, sie verschiebt die die ganze Zeit und ich weiß nicht, was da abgeht. Ich weiß nicht, wieso, weil eigentlich, die standen ja mal direkt hier hinter dieser Sitzbank. Und sie sind jetzt schon da. Ich weiß nicht, was ich mir damit sagen will, aber sie verschiebt halt die ganze Zeit ihre Näpfe. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil, warum sollte man das tun? Vielleicht ist es ja nur versehen. Und jedes Mal kommt sie da so dran, so, oh, nein. Ich weiß es nicht. Ich hab hier Tee, Leute. Stay hydrated. Das meinte ich übrigens ernst, wenn ich hier so einen Schluck nehme, dann müsst ihr auch einen Schluck nehmen, weil... Trinken ist wichtig, okay? Ich möchte, dass ihr alle gesund seid. Ja. Ich bin caring und so. Ja. Noch ein Funfact über meinen Hund. Sie holt sich immer aus dem Napf, nimmt sie halt quasi eine Schnauze voll, kommt dann zu mir, weil sie nicht alleine essen will, spuckt die aus und isst dann vor mir. Deswegen ist sie gerade unter den Schreibtisch gegangen, damit sie dann da isst. Why? Also, ich kann verstehen, dass man nicht alleine essen möchte. Aber, also, es liegt ein Meter zwischen uns, wenn sie da essen würde und ich hier sitze. Okay. Eher verstehen kann ich tatsächlich, wenn sie dann das holt und dann mit ins Bett springt, wenn ich dann halt heiern will, wenn sie ihren Mitternachtssnack rausholt. Aber, jetzt, wenn ich hier bin, denke ich mir so, why? Why are you doing this? Es macht keinen Sinn. Also, halt wirklich nicht. I don't know. Ähm, was ich noch zum Bild sagen wollte, was mir gerade so einfällt. Mein Hirn springt immer von dem einen Punkt zum anderen. Ich kann einfach nicht das so nacheinander machen. Es geht einfach nicht. Es klappt nicht. Auf jeden Fall. Ich habe ja, ähm, ein ganz großes Dach gemacht. Was ja dann einmal mit Glas ist. Ähm, teilweise sieht es halt ein bisschen komisch aus, glaube ich. Aber ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Weil, ich fand das mega cool. Weil, wenn du nachts feiern bist, so, ne? Imagine. Du danst dann so. Oder du chillst da gerade so in der Bar oder so. Und guckst so hoch und siehst einfach nur diesen Sternenhimmel. Ist doch mega cool, oder? Also, ehrlich jetzt. Also, ich wäre sowas von dabei. Deswegen dachte ich so, ja, so ein Glasdach wäre schon mega nice. Ja. Aber, und ich habe ja auch nicht viele Fenster eingebaut. Also, ich glaube, zwei. An der, über dem DJ-Pult. Und, äh, halt die Eingangstür ist ja, glaube ich, so ein bisschen glasig. Ansonsten habe ich ja nichts. Weil, ähm, naja, also es soll ja halt auch möglichst dunkel sein und so in Nachtclubs. Deswegen dachte ich so, wäre das jetzt irgendwie unpassend, wenn da jetzt überall Fenster wären. Ähm, ja, genau. Ansonsten, ja, hatte ich ja dann halt auch diese Idee, dass ich dann halt alle Lichter pink mache und so. Weil, irgendwie dachte ich, das wird so voll die Atmosphäre geben. Und, ja, also mit so einer Atmosphäre ist schon nice, oder? Also, not gonna lie. Da würde ich auch hingehen, sage ich mal so. Ich finde es halt, also ich fand halt das auch schön, dass man halt quasi erst die Treppen runtergehen muss und so. Oben ist halt so dieser Chill-Bereich und unten ist halt dann so dieser Dance-Bereich. Dass das so ein bisschen getrennt ist, finde ich halt irgendwie schöner, als wenn das jetzt halt so direkt beieinander wäre. Deswegen dachte ich, wäre das halt ganz cool. Ich bin auch der Meinung, dass das relativ common ist, dass man erst eine Treppe oder so runtergehen muss, bis man halt zum Tanzbereich kommt. Aber, kann doch einfach sein, dass es nur hier so der Fall ist, bei uns. Ich war jetzt halt auch bisher nur in zwei Clubs und da war es halt so, dass man zumindest ein bisschen runtergehen musste. Ja, also jetzt nicht so viel, wie jetzt hier in diesem Bild, aber, you know. Ach, keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht, was ich hier mache. Aber wir sind hier bald durch, wah. Dann habe ich es geschafft, hier mitreden und so. Also, es war hart. Ach, ja. Mein Hund lenkt mich voll ab, wenn sie die ganze Zeit isst, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich tress mich. Ich frage mich, euch irgendwann mal mein Setup zu zeigen. Ich kann zwar teilweise nicht genau sagen, was irgendwie woher kommt und was das genau ist. Und wie gut und dies, das. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es reicht. Es sieht cool aus. Es funktioniert. Das ist das einzig Wichtige. Also bei so vereinzelten Sachen kann ich dir schon, dir, dir, genau du, kann ich halt schon sagen, was das genau ist und was es, also, ne. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so, ja. Also, aber keine Ahnung, mein PC wurde mir halt zusammengestellt und ich habe halt keinen Plan davon. Äh, deswegen kann ich dir jetzt halt nicht so viel sagen. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht mehr, was ist das für ein Mikrofon, woher kommt das? Also, woher kommt das? Ich glaube, ich habe es bei Amazon bestellt, aber mir wurde das empfohlen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie es heißt oder so. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht empfehlen in dem Sinne, weil, keine Ahnung, ich, woher soll ich wissen, was es, wie es heißt, wenn ich jetzt nichts mehr sonst dazu habe. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber was soll's, ernst ehrlich. Ich will euch auf jeden Fall zeigen, dass es cool aussieht. Und das ist die Hauptserie. Sieht mindestens genauso cool, als sie ich. Ich bin so ein Opfer manchmal, ne. Ehrlich, aber ganz ehrlich, wir sind hier auch nichts anderes gewohnt auf diesem Kanal eigentlich. Ich meine, habt ihr euch schon mal die 100 Baby Challenge angeguckt? Wir sind aber jetzt zwei Jahre drin, ne? Zwei Jahre schon? Oder noch nicht? Moment mal. Kann ich das nicht nachgucken? Videos. Wann wurde denn der erste Part geüploadet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, letzte Seite. Der erste Part ging online am 6. April 2019. Oh mein Gott. Bald sind wir zwei Jahre in dieser Challenge drin. Das ist schon heavy, finde ich. Ey, der erste Part hat 713 Aufrufe. Nice. Das sieht doch mal nett aus. I like it. Aber der erste Part ist, glaube ich, echt nicht so gut im Vergleich zu den jetzigen Folgen. Wenn ihr beides gesehen habt, könnt ihr mir ja sagen, ob das so richtig ist. Ich habe mich noch nicht getraut, das nochmal anzusehen, weil es ist schon eine Weile her. Spätestens, wenn das Projekt zu Ende ist, muss ich mal in die erste Folge nochmal reinschauen, weil ich glaube, das ist dann schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, weil ich habe mich jetzt schon verändert seitdem und allein von der Qualität hat sich ja auch schon viel getan. Ich meine, das Mikrofon ist dasselbe, aber allein die Kamera hat sich ja geändert und mein Schnittstil und wie ich halt so quatsche, hat sich ja auch schon geändert. Weil grundsätzlich, ich ämne zwar immer noch viel, finde ich, aber es ist weniger, als jetzt vor zwei Jahren, würde ich behaupten. Versteht ihr, was ich meine? Ach, keine Ahnung, was ich eigentlich ausdrücken will hier mit dem ganzen Zeugs. Aber, was ich sagen kann, ist, dass dieses Video hier sofort vorbei ist, wenn, wir sind hier gerade ja schon fast fertig mit unserer Durchlaufdingen, sie, ich zeige euch mein Bild und jetzt müsste es vorbei sein. Bäh! Okay, ähm, wir sind jetzt hier im Endscreen, hallo, ich möchte euch hier diese Videos verlinken, ähm, da könnt ihr reinschauen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann macht es nicht. Ihr könnt hier irgendwo auch abonnieren, das könnt ihr auch gerne tun, ich würde mich freuen. Und, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wir sehen uns. Tschüssi!